Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bert Brecht Hört's nicht so romantisch, ihr Bucherer! hat über Nacht das dichterische Anwitz Deutschlands verändert. Punkt. 500 Vorstellungen in Berlin. Jetzt hast du die Stadt erobert. Wir sind jetzt im sozialistischen Deutschland. Wir arbeiten am Aufbau einer neuen Gesellschaft. Wir haben es geschafft. Jetzt hast du dein Theater. Der Mensch ist enderbar. Auch der Brecht? Elie, der Brecht liebt mich. Und ich bin seine Frau. Und dass du ein Kind mit dir hast, sind das auch Lügen? Das ist gut. Das riecht nach Theater. Untertitelung des ZDF, 2020